Ab nach hier unten und in die Rüstungskammer. So, I. Der Assassinenhahn nicht. Ich würde sagen, hier würde ich verkaufen. F. So ziehe ich aber das an, das an. Mana regeneriert 40% schneller. Elementar, Zauber, Entropie, Tonika. Ja, ich weiß. Weiß. Weg damit. Verkaufen. Verkaufen. Das grüßchen Sachen kann ich nicht verkaufen. Hast du denn was Spannendes? Püriäische Handschuhe. Da muss ich gleich nochmal gucken, was ich davon nehmen kann. Und... Ist auch nichts mehr Spannendes. Hm. So. Einmal Bücher. Gut, gut. Lehrbuch plus ein Erinnerungspunkt. Natürlich nehmen wir das. Jetzt haben wir jetzt vier Erinnerungspunkte, sechs Handwerkspunkte und vier Lernpunkte mal wieder. Können wir noch einen Elementarismus lernen und dann nur noch Entropie. Und dann wird's teuer mit dem Elementarismus. Handwerk. Handwerk. Handwerk brauchen wir Verzauberung auf jeden Fall. So. Meditation. Give me Meditation. Nein. Nein. Okay. verleiht ein automatisch ein abbild der schlüssel eines schlösser euer kritischer reduziert gut gut dann ab zurück hallo hier doch schwarz magieren bin ich immer noch schick schick dann brauche ich jetzt noch natürlich einen kleinen obolus muss ich aber leider verlangen ganz gleich wie wichtig ihr für die neue Mission des Großmeisters seid tut mir leid die sachen kann ich hier verkaufen und ich brauche aber was braucht sich noch mal Handwerkskunst um Handwerkskunst Elementarismus und Entropie Handwerkspunkte sechs stück schreitet wohl natürlich einen kleinen obolus muss ich aber leider verlangen ganz gleich wie wichtig ihr für die neue Mission des Großmeisters seid tut mir leid komm schreitet wohl sechs mal Handwerkskunst habe ich jetzt wohl äh oh nein tch schürfe halt da hat man Glück wenn die wissen an welchem Ende man entpickelt muss ich halt nur ein bisschen da ja von born ahoi natürlich einen kleinen obolus muss ich aber leider verlangen ganz gleich wie wichtig ihr für die neue Mission des Großmeisters seid tut mir leid Handwerkskunst Handwerkskunst Expertenbuch Handwerkskunst natürlich das Ding brauche ich so schreitet wohl so kann ich nur was basteln das darf ich nicht vergessen Ahoi Sterlings Sterlings Großschwert Ahoi Ahoi Und das war's und das war's und gut Ahoi 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 natürlich einen kleinen obolus muss ich aber leider verlangen ganz gleich wie wichtig ihr für die neue Mission des Großmeisters seid tut mir leid ist mir klar dass so schreitet wohl mach ich so jetzt brauche ich noch ich hätte Rhetorik nehmen sollen wäre vielleicht etwas klüger gewesen Rhetorik zu nehmen hm hm naja der kann mir jetzt noch ein bisschen was geben kann ich da noch was entzaubern der Lege ist ja haben gewandt gewandt silber gold ring lebensergie Ne, kann ich nichts Spannendes mitmachen. Gut. Äh. Lebensenergie wiederherstellen. Knochenmehl. Knochenmehl. Oh. Wunderschön. So. Na sowas. Ihr gerne doch. Ähm, warum? Einmal bitte. Das Ding baue ich nicht. 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 Alle weg. Braue ich alle nicht. Stärke Trank. Verzauberungstrank. Alle Gifte brauche ich nicht. Gut, gut. Mächtiger schwarzer Seelenstein. Hast du noch geile Bücher für mich? Da, Elementar. Äh. Erdelementar rufen. Feuerelementar rufen. Äh. Zack, zack. Feuerblitz. Feuergeschoss. 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 Schwertbeschwören. Schwertbeschwören. Erdung. Äh. Manapunkte vom Ziel. Lebensabsorption. Lebensabsorption. Totenfunke. Brauche ich nicht. Blitzheilung. Äh. 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 Nein. Erzöhnen. Erzöhnen. Rang 5. Toten. Feuerball. Brauche ich auch nicht. Ne. 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 Habe ich alles erzündet. He. 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 Feuerelementar. Panik brauche ich auch nicht. Schwertbeschwören. Lautlos. Feuerurne. Mh. Mh. Seelenfalle könnte ich noch gebrauchen. Bogenbeschwören 1. Ne. Ne. Kettenblitzgang 1. Brauche ich auch nicht mehr. Äh. Ne. Brauche ich alles nicht. Jetzt kann ich noch. Einmal. Ähm. Expertenbuch. Und zwar in Elementarismus. Habe ich noch ein. Das ich benutzen kann. Und in Entropie. 7. Schreitet wohl. Ja. Elementarismus. Ah, ich hab nicht gewinnt gelernt und gemisst. Naja. Hm. Versuch. Ups. Ups. Ein Punkt Giftschaden ist nicht so geil. Naja, es geht ja auch echt schnell wieder weg. So. Ähm. Marktplatz. Marktplatz müsste ich hin.